Willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute Voice Cracks die ganze Zeit. Eine Stimme ist einfach weg. Willkommen zu einem neuen Video hier auf Jasmins Kanal. Sie hat einen Voice Crack. Ich bin Heiser und er ist einfach normal und redet nicht. Let's go. Und so starten wir das Video. Genau. Ja, wir werden heute mal unsere TikTok-Likes anschauen. Und es gibt ja auch Dinge, die liked man vor allem gerade abends, wenn man denkt so, oh doch, irgendwie sieht ja eh keiner meine Likes. Deswegen heute werden wir die anschauen. Wir werden aber nicht von Anfang von oben durchgehen, sondern wir werden die durchscrollen, machen Stopp. Und dann darf man sich eins auswählen. Und dann bei dem ersten Durchlauf entscheiden wir, welche... Was war das? Das war der Topfucket. Oh mein Gott, ich dachte gerade, der macht einfach so... Nein, nein, nein. Aber so auf Vlogger. Ey, das ist schon irgendwie so, das ist normal. Der cringischste TikTok beim ersten Durchlauf wird mit der 1 bestraft, beim zweiten Durchlauf mit der 2, 3, 4, 5. Das ist ein kleiner Schocker. Wir fangen an, let's go. Und ich bin die, die das erste euch gezeigt. Ich habe noch nie meine Likes gezeigt. So. Pass auf. Ich finde das interessant. Ja, okay. Oh Gott, ich kenne das. Du kennst das? Mhm. Oh Gott! Der war gut, oder? Aber ich fand es jetzt nicht cringisch, ich fand es eher auch funny. Ja, same. Alright, meinst du das zweite? Ja. Also allein dafür kriegst du schon den Cringe. Oha! Okay, er bräuchte ja gar nicht mehr gepflegt machen. Hä? Das ergibt gar keinen Sinn. Wenn der Hellseher doch hell sehen kann, dann wüsste er doch, dass du kommst. Ich finde die Blicke so witzig. Das ist eine sehr gute Frage. Das ist doch geil, ja. War ein Spaß übrigens, gell? Ich muss das wieder alle durchdrehen. Schaut einfach durch. Ja. Ich hab deine Nase. Guck mal, was ich hab. Was? Das ist geil. Oh, er macht es kleiner. Geil. Okay. Das war's. Wer kriegt den ersten Schock? Ja, geh, geh. Ich muss los. Echt? Aber ich wüsste nicht dran, dass du es Maxi machen. Und ich will auch nicht drücken. Ja, keiner möchte ja erschönen, oder was? Ja, eins ist hier unten, ne? Nein, mach die eins. Eins, musst du ja eins machen. Okay, eins. Ei. Ei? Neuer Soundtrack. Das war eins. Okay, jetzt komm ich dran. Ja, das ist unangenehm. Du musst, ey, dieses Brot, kann ich das so rollen wie so ein Teig und dann so klopfen? Und deine Brüche reinpacken? Ey, die ist wie ein Lightbrot einfach. Das fühlt sich einfach besser an, als meine Banane. Sie hatten kurz steht hier, was eine Banane ist, wollte ich schon mal sagen. Ich war gerade so verwirrt, ne? Ich hab Lisa voll in meinem Schlafzimmer gesagt, sie gesagt, voll toll, aber Banane geht gar nicht. Pass die mal an, ey. Nee, das ist einfach die weicheste Banane. Guck mal, Banane. Sie hat gerade den Hund angekummelt. Pass die mal an. Schwisch mal rein. Die ist richtig weich. Okay, dann bin ich dran. Ihr dürft weitermachen. Gernisch. Ich glaube, kenne ich auch. Ich dachte, nee, Eichhörnchen vielleicht, aber das glaube ich witzig. Ja, dann lass das Eichhörnchen nehmen. Ja, okay. Oh. Ja, okay, das ist gewinnt bei mir schon. Okay, ist ein langes Eichhörnchen, aber für den Hundfurt, für den Hundepupf. Okay, lass mich mal. Schwer. Das ist schwer. Somit hast du auf jeden Fall für das unangenehmste TikTok schon mal gewonnen. Nein. Das ist für unangenehm. Ich kenne es nicht. Die ist cringe. Deswegen, ja, sie. Aber ich finde den nicht so schlimm. Also ich sage, ich finde es jetzt nicht so schlimm, dass er nie weggeschmissen wurde. Ich hoffe nur, dass hat niemand getroffen. Nee, aber dass sie die ganze Zeit auch filmt. Ja, guck mal, das ist schon echt krass. Guck mal da. Also das verstehe ich auch nicht. Aber ich verstehe auch nicht, wie mir auch... Das ist halt schon mies unangenehm. Ich verstehe aber auch nicht, wie mir noch der Prügelattacke noch auf dem Kiss von der Konzer hergegenkommt. Nicht mal davon weiß ich was. Lebe ich irgendwie hinter dem Mond? Okay. Das. Das Ding ist... Okay, Maxi. Das Ding ist ganz kurz. Hast du Lust, mit mir ein paar Games zu spielen? Das war Ju, oder? Ich habe sie bei Mini-Wortz-Kontakt mit mir. Aber habe ich jetzt verloren? War meins das unangenehmste? Ja. Echt jetzt? Ja. Hä, meins war das cool? Doch, du hast deine Reichweite ausgesprochen. Du hast ihn benutzt, um eine Frau anzuschreien. Nein, pass auf. Sie wurde... Ich wollte... Warte, warte, warte. Ganz kurz. Ich... Ich schlag einen Knopf in dem Kopf und eigentlich unten in den Kopf. Zeig dir, welche Stufe das machen. Zwei. Versprochen. Warte, ich habe Angst, dass ich irgendwie nach oben zucke. Nee, nee, keine Sorge. Ich fasse so. Ich fasse so. Ich fasse so. Du hast ja euch gedacht. Es gibt keine Ahnung. Was ist die? Mach es doch für die. Ach, okay. Es geht voll. Warum über... Okay, jetzt bin ich irgendwie geil. Ich glaube, falsch. Ich habe fünf gemacht. Fünf war voll schlimm. Smiley, oder? Ich habe so reingedrückt. Okay. Die quälen mich. Warum fünf jetzt schon? Ich würde sagen, dass... Können wir einfach so leiden, dass nicht da was kommt. Das ist nicht cringe. Das kann ich jetzt schon sagen. Das wird nicht cringe. Ja, aber das ist brutal. Ich habe mir das schon angeschaut. Also, es ist brutal, aber es wird nicht cringe. Es ist cringe, wie die Leute drauf sind. So eklig. Ja. Aber das ist ein erstes Thema, da würde ich schon sagen. Das hat schon... Ich mache darüber auch ein Video. Ich will sie trotzdem einlassen, irgendwie. Es ist... Was? Hey! Was denn? Du hast du für fünf gemacht? Ja, weil... Du unverschämt warst. Ich bin erwachsen. Ich schaff das. Okay. Okay, warte. Jetzt. Über ein nur Frauen. Das sind echt nur Frauen. Wirklich. Maxi, du entscheidst. Du, mein Leipzig-Moment. Ich bin für das hier. Obwohl, das ist, glaube ich, never ever unangenehm. Ich glaube, davon ist gar nichts unangenehm. Das da... Meinst du? Nee. Mann! Ey, einfach nur ein Trap. Guck mal, das ist so krass. Die ist 59. Holy what? Ja, guck mal, wie krass die ausschaut. What? Ich will mit 59 auch so ausschauen. Du hast besseren Körper als ich. Maxi, was... Ich gucke nur Frauen die ganze Zeit bei dir auf dem Handy an. Oder Männer, oberkörperfrei. Ja, bei dir oberkörperfrei auch. Das war sehr beeindruckend. So, Maxi. Du wolltest mich nur... Und da ist kein... Ich habe das Gefühl, ich kann jetzt gerade nur noch verlieren. Das da? Ja. Das ist voll cool. Das ist voll funny. Das ist nur unangenehm. Oder? Ich bin halt so emotionslos bei dem Video, sage ich ehrlich. Ey, das ist halt einfach legit ein Männerhumor, das hier. Ey, können wir nicht genug schocken? Einfach so aus Prinzip? Runde 3. Nee, also wir haben jetzt 2 gemacht. Das ist, was Maxi sagt. Was? Einfach aus Prinzip. Einfach aus Prinzip, damit jeder... Okay, wir machen auch eine... Nein! Eigentlich 3, ne? Eigentlich müssen wir 3 machen. Willst du es selber machen? Ja. Boah, hat das weh? Das ist unangenehm. Okay. Der da, glaube ich. Ja, würde ich auch nehmen. Der ist nicht... Oh, ich liebe das. Der ist cool eigentlich. Ich liebe das. Oh, f***. Mann, das sind halt nur unangenehme TikToks. Oh, ich liebe das so. Ja, wir müssen loslassen. Es ist jetzt zwischen dir und mir. Ja, cool. Ich verliere, glaube ich. Das könnte unangeneh sein. Das ist super unangenehm. Mh-hm. Ever. Ever. Also, das ist... Okay, das ist normal. Das ist sehr... Never mind. Das ist Chris. Das war das einzig cringigste von allen. Echt? Ja, alle waren normal. Wir haben gut gewählt. Es müssen über Max das holen müssen. Alle Top-Videos da. Ist nichts unangenehm. Get Braids. Der ist funny. You didn't even give me Braids? You want Braids? Yeah, I want Braids. Let's go! Oh, mein Gott. Das war gut, das Video. Das war funny. Nicht funny? Du willst nur nicht verlieren gerade, oder? 4-Stand-Packen. Oh, Gott, hab ich mich erschrocken. Bis 3 oder bis 1? 1. Okay. Ich mach immer Stein. Egal, was ist. Okay. Ich geb dir nicht die Film. Nee, Isa, du musst das machen. Das tut mir noch weh. Das ist voll heiß. Ich mach's mal. 3. Mach aber. Nein, nein. Ich halte es leicht. Oh, mein Gott. Das hat mich verrührt. Ist das ecklich? Oh, mein Gott. Oh, ich will jetzt nicht verlieren. Aber das war die 4 eigentlich. Ja, das war die 4. Wie war sie? Das war die 3 nur. Pssst. Das wollte ich mir. Eigentlich hätten wir 4 machen müssen. Ach so, das war die 3. Ja. Nee, ich hab ja 3 gehabt. Warte. Hä? Was, dann hast du draufgedreht? Ja, hast du. Aua. Das tut voll weh. Oh, meine 5 wird Slash-Shap, Mann. Ich hab mich da noch rausbekommen, Leute. Okay, oh, Mann. Du hast keine Cinching. Das ist das Problem. Oh, ich nehm das. Beauty is so easy. You know why it is easy? Because most of you guys are not ugly. Nee, die ist cool. Most of you guys just look unhealthy. If you have a healthy body shape, if you have just healthy, normal skin and kind of healthy hair, enough. That's enough to have pretty privilege. That's enough. Das Video ist cool. Da geht's quasi im Prinzip ums pretty privilege bei Frauen und bei Männern halt der Vergleich im Prinzip. Das tut halt immer noch weh. Ja, aber ab, bis du die 5 kriegst. Warum ich? Hoffentlich. Oh, okay, jetzt muss es dabei sein. Jeffree Star unten rechts in der Ecke. Oder Kraft. Oder das. Das ist hot. Also, denk ich mal. Ich weiß, welches ich nehmen würde. Würdest du das nehmen? Ich weiß nur, welches ich nehmen würde. Ich darf's ganz irgendwie rauskitzeln. Oh, why did I choose the busiest times you go to the gym? Wait a minute. You. Who are you? You must be new. Die verarschen die Hunde. Look how experienced you are. You're clean. You're beautiful. You're looking at me. Like I'm the only guy in the gym. But you're not here to make friends. No, you're here to work. You're here for me. I have to meet you. I have to have you. Das ist gut. Das ist ein gutes. Aber eigentlich geht es doch weiter. Und am Ende meint er ja gar nicht sie, sondern sein Energy Drink. Nee, ich kenn nur den Faden. Ach so. Weil das ist eigentlich der Gag an der Sache. Dass er am Ende über den Eiweißshake redet. Ja, das ist es. Oh Gott. Aber stimmt. Ist es wirklich so? Keine Ahnung. Es ist Kucka. Es ist auch funny. Es ist doch gar nicht unangenehm. Oder es ist unangenehm. Es ist schon Gritsch. So am Schluss. So schon. Ja. Ey, seid so. Wart mal. Ganz kurz. Das ist vom Kassier. Alles mit drin. Ey, das. Können wir anderen an den Arm machen? Ja. Ist das innenseite oder aus der Seite? Hör nicht hin. 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 Warum willst du mich so leiden? Neun fetisch entdeckte Herrschaft. Okay, Leute. Deswegen werden wir nächstes Mal umso mehr darauf achten. Könnt ihr vielleicht auch einmal fünf machen, beide? Nein. Was hast du denn? Deine höchste Schub war zwei, oder? Eins. Einmal drei. Nein, ich hatte drei. Das ist doch voll wack. Ich hatte drei. Das ist voll schwach von euch, glaube ich. Ich gebe zu, ich hätte einmal einen Schocker bekommen müssen, wenn er erst eine tickt. Und was hat die gemacht? Ich mache mal gegen mich. Wir hatten drei. Ja, das sind nicht die Regeln. Aber wir werden auf jeden Fall alle künftig jetzt darauf achten, was wir machen. Liken werden, denn wir wissen ja nie wieder, wann dieses perverse Gerät... Ich like die ja nicht, aber das machen die beiden. Das ist voll unfair. Meine Boy-U-Page bleibt unabhängig. Zählen für die beiden. Ich werde bestraft mit ihren Taten. Das ist voll unfair. Leute, unter der Beschreibung findet ihr die beiden. Mit denen haben wir auch aufgenommen, mit Honeypoo und Maxi. Checkt auf jeden Fall die Videos von den beiden ab. Und wir sehen uns und achtet darauf, was ihr nächstes Mal auf TikTok liked. Und vor allem, passt doch auf, dass ihr auf TikTok nicht immer alles glaubt, was ihr hört. Und recherchiert auch gerne mal nach, denn da wird auch sehr viel Mist erzählt. Liebet das Brot, lasst ein Like für diesen Brotkörper da und ein Abo. Na, so in ya!